Wenn man ein Bild im Freien malt, wie transportiert man die feuchte Leinwand? Zum Beispiel auf einem Klapprahmen. Aber wie funktioniert das? Ein Klapprahmen ähnelt einem Keilrahmen. Die obere und untere Leiste sind aber durchtrennt. Im geöffneten Zustand halten Scharniere die Leisten zusammen. Wenn die Scharniere geöffnet werden, kann der Rahmen geschlossen werden und die Leinwand lässt sich in der Mitte zusammenfalten. Die Mahlfläche befindet sich dann geschützt im Inneren. Ein kleiner Steg in der Mitte verhindert, dass die Bildflächen aneinander reiben. Klapprahmen wurden vermutlich ab dem 19. Jahrhundert beim Mahlen im Freien eingesetzt. Üblicherweise wurden die Leinwände nach Fertigstellung des Bildes vom Klapprahmen abgenommen und vor dem Verkauf auf einen Keilrahmen gespannt. Nicht so bei Lobis Korinths Gemälde, der Walchensee mit Herzog stand im Schnee. Dieses Werk wurde noch auf dem Klapprahmen verkauft. Ein seltenes Beweisstück für den Arbeitsprozess des Künstlers. Lobis Korinths Mahlstil wird oft von Zeitgenossen als eruptiv, als explosionsartig geschildert. Viele Freunde, die im Porträt saßen, schilderten seinen explosionsartigen Mahlstil so, dass sie Angst hatten. Er schlägt Löchern die Leinwand. Das war eine richtige Mahlwut, in der er auch nicht gestört werden wollte. Und selbst von seiner Familie war eine Störung vollkommen untersagt. Ihn jedoch als Expressionisten zu bezeichnen, wäre nicht korrekt. Lobis Korinth sieht sich selbst in einer Kontinuität, die bei Rubens zu sehen ist, die bei Franz Hals zu sehen ist, die bei Rembrandt zu sehen ist. Und in dieser Kontinuität der Bearbeitung des Malmaterials möchte er sich sehen. Insofern passt es auch, ihn heutzutage als Vorläufer von einem Georg Baselitz zu sehen, der ähnlich wie Lobis Korinth von seiner Malerei, von seinem Malduktus in seiner Malerei doch sehr stark lebt. Lobis Korinth. Wer war das? Lobis Korinth wird 1858 im ostpreußischen Tapiau, heute Gwardysk, Russland geboren. Er wächst zusammen mit fünf Halbgeschwistern aus der ersten Ehe seiner Mutter auf. Seine Mutter verliert Lobis Korinth bereits mit 15 Jahren. Eine enge Beziehung verbindet ihn mit seinem Vater, der ihn auch später in seiner Karriere unterstützt. Seine künstlerische Laufbahn beginnt er 18-jährig mit einem Studium an der Akademie in Königsberg. Später wechselt er nach München, studiert in Antwerpen und Paris. Lobis Korinth lebt, wie er malt. Unangepasst. Er ist gebildet und belesen und doch ein Rabauke. Dem Genuss zugewandt, liebt den Exzess und schlägt oft über die Stränge. Seine Karriere läuft holprig an. Nach einer kurzen Mitgliedschaft in der Münchner Sezession 1892 wird er noch im selben Jahr ausgeschlossen. Drei Jahre später erhält Korinths Kreuzabnahme in der Ausstellung im Münchner Glaspalast eine Auszeichnung. Es ist sein erster Verkauf. 1900 stellt Korinth erstmals in der Galerie von Paul Kassierer aus, die ihn ab diesem Zeitpunkt vertritt und immer wieder zeigt. Korinth zieht endgültig nach Berlin und wird Mitglied der Berliner Sezession. Er eröffnet eine Malschule und heiratet später seine erste Schülerin Charlotte Behrendt. Hat sich Lobis Korinth in seinem Spätwerk vor allem mit den Landschaften auseinandergesetzt, mit dem Schwerpunkt der Walchenseelandschaften, so findet sich in seinem Gesamtwerk, selbstverständlich wie bei vielen Malern, das Porträt mit einer sehr starken Rolle innerhalb seines Gesamtwerkes. Darüber hinaus hat sich Lobis Korinth aber auch mit seiner Zeit sehr kritisch auseinandergesetzt. Er hatte häufig Probleme mit der Zensur, auch und weil er sich explizit gegen die damalige Prüderie und Bigotterie der wilhelminischen Zeit gewendet hat. Es wurden Postkarten nach seinem Bild beschlagnahmt. Es wurde eine ganze Grafikserie von ihm beschlagnahmt. Insofern hat Lobis Korinth immer gerne provoziert. Das gilt natürlich nicht nur für die Aktmalerei, für die er bekannt und verrufen war, sondern das gilt auch für Themen, mit denen er sich intensiv beschäftigt hat. Die Kritik, die Lobis Korinth an seiner Zeit übt, die Ironie, mit der er sehr oft bricht, sieht man aber besonders schön an seinen Waffen des Mars, hier in der Sammlung des Belvedere. Und wenn man diese Waffen des Mars anschaut, so sind die Rüstungsteile des Kriegsgottes hier im ganzen Bild verteilt. Man sieht hier die Venus im Zentrum und darum Kinder, die mit diesen Waffen spielen und eventuell einen weiteren Liebhaber der Venus, wie Mars selbst, sieht er wohl eher nicht aus. Und es ist hier die Frage, wird hier mit den Waffen des Mars gekämpft oder gespielt, oder sind es nicht vielmehr das Bild, die Thematik der Waffen der Frau? Was ganz sicher ist, ist, dass Lobis Korinth sich glänzend in der Kunstgeschichte auskannte, denn er bezieht hier eine bekannte antike Plastik, die der knieenden Venus in sein Bild ein, die nicht nur in der Antike vielfach kopiert wurde, sondern die auch in jedem bildungsbürgerlichen Haushalt bekannt, eventuell sogar als Skulptur vorhanden war. Insofern nimmt er ganz stark auch das Bildungsbürgertum und sein Bildungsbewusstsein aufs Korn. Es zeigt aber auch, wie sehr genau sich Korinth in der Antike wie in der Kunstgeschichte auskannte. Und das trifft auch für eine ganz andere Bildgattung, die der Schlachthausbilder von Lobis Korinth zu. Die kunsthistorische Auseinandersetzung mit Schlachthausszenen und die Kenntnis Rembrandts, zumindest der holländischen Malerei, in denen dieses Thema immer aufgegriffen wurde, dürfte bei Lobis Korinth selbstverständlich vorhanden gewesen sein. Lobis Korinth kannte aber sehr gut diesen Schlachtvorgang auch aus eigener Ansicht. Sein Vater besaß eine Gerberei. Insofern war der Schlachtvorgang an sich für ihn nichts Ungewöhnliches. Ihn dürfte aber auch die Ästhetik des Schlachtens sehr stark an der Motivwahl interessiert haben. Er selber hat einen Freund darum gebeten, an solch einem Schlachtvorgang teilnehmen zu dürfen und ihn mit Bildern zu dokumentieren. Darüber gibt es einen Briefverkehr. Insofern war es auch für ihn ein sinnliches Vergnügen, nicht nur im Farbdutus, wie wir es schon aus den anderen Bildern oder aus anderen Genres kennen, sondern es war auch eine Ästhetik, dieses Zerlegen eines Leibes, was natürlich auch ein Vanitas-Symbol ist, welches in der Kunstgeschichte nicht selten ist. Wir sehen das auch bei anderen Künstlern, sei es Chaim Soutin, eben den schon genannten Rembrandt, oder hier in Wien von Hermann Nitsch. Wichtig ist auf jeden Fall für Korinth hier die Ästhetik des Farbauftrags, die Ästhetik und die Sinnlichkeit des Vorgangs. Auch wenn es ein Vanitas-Vorgang ist, ist es doch ein sinnlicher Vorgang, hier ein Lebensmittel zu erschaffen. Und das Sinnliche des Farbauftrages oder der Sinnlichkeit der Bearbeitung zieht sich durch sein gesamtes Werk hindurch. Sei es ein Porträt, sei es ein Akt, sei es eine Marzipantorte oder sei es eine Landschaft, für Korinth ist der erste Beweggrund seiner Malerei immer der sinnliche Vorgang. Lovis Korinth machte sich in Deutschland einen großen Namen. Seine Kunst wirkte aber auf Künstlergenerationen auch über Deutschland hinaus. Seine Verbindung von expressiver Malerei mit der Historie war ein Vorbild für zahlreiche österreichische Künstler. In seiner Nachfolge stehen Anton Kolik, Herbert Böckel, Max Oppenheimer, Oskar Kokoschka. Die Ausstellung Lovis Korinth – Das Leben ein Fest präsentiert die Vielseitigkeit und Unangepasstheit des Künstlers, seinen Humor und seinen scharfen Blick für die zahlreichen Facetten des Lebens. Die Ausstellung Lovis Korinth Die Ausstellung Lovis Korinth las Bullies Korinth die Zahra – das Leben ein Fest 扑? Die Ausstellung Lovis Korinth in seinem heading Passt zu песien